Mit dem Stadium Jersey gibt es das Jersey der Saison 2015-2016, das auch für Profis und Profivereine gedacht ist. Mit dem Stadium Trikot gibt es dabei somit ein Trikot, das unter anderem auch für die Trikots vom Bundesligisten zum Einsatz kommen kann. Auch Vereine, die bei Puma unter Vertrag stehen, wie Borussia Dortmund, könnten dieses Trikot theoretisch in einer anderen Farbkombination als neues Home- oder Away-Jersey erhalten. Mit dem Stadium Trikot gibt es dabei ein Trikot aus Dry Cell Material, das sportiv eng geschnitten ist, das sehr klimatisiert ist, das sehr hohe Funktionalitäten aufweist und das eine sehr gute Ventilation hat. Im Hauptbereich, im Brustbereich sind dabei unterschiedliche, sich wiederholende Streifen, die für eine zusätzliche Ventilation sorgen und den Look des Trikots komplett prägen. Zudem kommt im Schulterbereich ein spezielles Material zum Einsatz, das das Puma-Logo unterstützt und das dafür sorgt, dass es sich hier enger zusammenzieht und eine optimale Passform gegeben ist. Das Mesh-Material im unteren Bereich sorgt dafür, dass ein optimales Körperklima entsteht, wie es ansonsten nur Profis erhalten und das dafür sorgt, dass man immer die optimale Leistung bringen kann und immer die maximale Performance abrufen kann. Das Puma-Stadium-Jersey ist ein Trikot, das es in vier Farben zu bestellen gibt, das ausschließlich für Erwachsene gefertigt wird und das im Puma-Teamsportkatalog für die Saison 2015-2016 gedacht ist. Meine Meinung natürlich an euch, wie gefällt euch das Trikot? Sagt ihr, das Stadium-Trikot ist ein cooles Jersey? Würdet ihr euch wünschen vielleicht, dass auch der BVB es als neues Home-Trikot für 2015-2016 in gelb nimmt? Lasst es mich über die Kommentare wissen, Facebook, YouTube und Twitter. Dazu ist es, der erste astrologie geht. Vielen Dank.